Hallo und herzlich willkommen wir machen unsere Davy Challenge für heute und ich zeige euch jetzt ganz kurz wie ich die Runde durchgespielt habe um Gold zu kriegen. Am Anfang kriegen wir hier diese beiden Tod- und Kopfschädel, jeweils einen und danach nochmal einen mit einem Nachhüpfer. Das ist eine gute Übung, weil das werden wir jetzt gleich nochmal brauchen. Einmal hier einen und einmal hier zwei mit Nachsprung. Also eine einfache Möglichkeit das nochmal zu üben. Hier kommen zwei große Sprünge. Einmal schlagen wir hier, zweimal springen jeweils um durchzukommen und den hier einen sehr, sehr später Ansatz, damit wir auch wirklich alle Looms bekommen. Und dafür bekommen wir jetzt als Belohnung hier die zwei Wäscheleine um auch so hoch knapp 200 Looms zu bekommen. Hier nochmal das gleiche wie bei den Todenschädel, auch wieder eine überspringen, zwei überspringen und wir haben einen der Anfangsteile überspringen, äh, durchgespielt. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber wir können jetzt einen kleinen Trick machen. Hier ganz spät ansetzen und einfach drüber fliegen, da die Absprungzone hier sehr, sehr blöd ist. Hier einen kleinen Sprung jeweils machen und ab sofort werden wir viele kleine Sprünge eigentlich nochmal brauchen. Und damit sollten wir es eigentlich schaffen. Hier auch wieder Wäscheleine, probieren oben zum erreichen, durchschlagen, kleiner Sprung, kleiner Sprung und hoch fliegen. So, jetzt nochmal ein großer Sprung und hier wieder klein nach unten und ein großer Sprung oben drüber. So, den können wir eigentlich kaum verfällen, also ich habe hier eigentlich nie verloren bei meinen Übungen. Hier von der Wäscheleine fallen lassen, spät abspringen, um drüber zu kommen über die Ränke. Da hat es mich auch zweimal gespielt und danach können wir hier nochmal einmal groß und sollten eigentlich recht gut durchkommen. So, jetzt wird es ein bisschen ekliger und schwieriger, das heißt wir müssen schnell reagieren und jetzt gleich zerspuz mich dann an der blöden Stelle hier, weil hier müssten wir eigentlich wieder runterspringen. Aber ich war offenbar nicht der Einzelste, denn auch viele andere von meinen Kumpanien hat es auch hier bei diesem Teil erwischt. Tja, was soll's, das war's für heute Runde, wir senden uns morgen zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, ciao.